Also, weiter geht's mit Horizon Zero Dawn. Okay. Ähm, genau, da müssen wir langen, so was. Langsam, langsam! Ähm, bin ich bereit? Haben wir alles gemacht? Noch nicht, ich weiß noch nicht. Ich guck nochmal kurz. Geht's dir nicht gut? Ähm, ich glaub, wir haben soweit alles erledigt, ne? Nicht, dass man danach nichts mehr machen kann. Aber gut, dann sind wir bereit. Er wirkt alles größer. Bald wird alles vertraut sein. Wie zu Hause. Ich weiß nicht so recht. Suche nach Erdsmutter Tiersa. Sie wird dir helfen. Ist sonst noch etwas? Letzte Ratschläge? Noch eine Lektion, bevor ich gehe? Nein. Du weißt alles, was die Wildnis lehren kann. Du hast es mich gelehrt, nicht die Wildnis. Aber Bogen und Speer werden mir da drin nicht helfen. Mit Bogen und Speer wirst du finden, was du schon so lange suchst, Aloy. Antworten. Mutterherz. Was wird mich da drin erwarten? Die Leute dort werden feiern. Es sind mehr, als du jemals gesehen hast. Kein anderes Dorf ist wie Mutterherz. Dort ist der Sitz der Erzmütter. Das Zentrum der Nora. Ein Juwel des Heiligen Landes. Lass dir Zeit. Irgendwann gefällt's dir. So wie mir. Falls ich noch zum Stamm gehörte. Lassen sie mich rein? Bist du sicher, dass sie mich reinlassen? Wie gesagt, Aloy. Das Gesetz erlaubt ausgestoßenen Kindern die Erprobung. Wer besteht, wird zum Krieger und ist kein Ausgestoßener mehr. Ich weiß schon. Aber nicht jeder folgt dem Gesetz, wie du wirst. Hab Vertrauen, Aloy. Der Stamm respektiert dein Recht. Okay. Ich bin bereit. Ich bin jetzt bereit. Sehen wir uns dann bald zu Hause? Ich werde nicht da sein, Aloy. Hier. Nimm das. Als Andenken. Warum redest du, als ob wir uns nie wiedersehen? Nein. Nein! Dein Platz ist beim Stamm. Ich bleibe ein Ausgestoßener. Aber du weißt doch, es gibt eine Lösung. Ich komme heimlich zu dir. Ich breche damit das Gesetz, nicht du. Du musst ja nicht mehr mit mir reden. Diese Verbindung zu mir steht dir nur im Weg. Es ist mein Wunsch, dass du beim Stamm bleibst. Du warst schon viel zu lange isoliert. Nein, bis jetzt nicht. Es muss so sein. Ich gehe und du wirst mich nicht finden. Das ist der Abschied. Auf nimmerwiedersehen! Dann auf nimmerwiedersehen! Aber ich... Nein, ich werde dich finden. Nein, ist es nicht. Ich kann Spuren lesen. Wo du auch hingehst. Ich folge dir. Dieses Mal nicht. Doch. Diesmal. Und jedes Mal. Ich trage das hier, wenn ich dich finde. Die Urmutter segne dich, Aloy. Und dich. Wir werden ihn fänden. Ich muss ihn gehen lassen. Fürs Gäste. Zuerst die Erprobung. Danach werde ich nachsehen, wohin seine Spur führt. Okay. Du kehrst um, Ausgestoßene. Oder blutest. Deine Wahl. Platz da. Platz da. Krieger, lasst sie durch. Sie ist hier willkommen. Mutter, Herz steht dir offen, mein Kind. Komm. Glaub mir, die meisten Nora sind nicht so wie diese Idioten. Du bist Yessa? Wer sollte ich sonst sein? Komm jetzt mit. Ich warte schon lange auf diesen Tag. Ach ja? Oh ja. Aber im Moment habe ich leider zu tun. Ich muss heute noch andere Fremde beschützen. Du was? Einige fremde Stammesgesandte. Die Karja. Wollen sich die Erprobung ansehen. Und oh, wie die Nora die Karja hassen. Karja? Doch, das ist mein Problem. Wir reden später noch. Und bis dahin, genieße das Fest. Oh, nimm den Weg rechts entlang. Dort ist ein alter Freund, der sich sehr auf dich freut. Aber ich kenne hier niemanden. Sag ihm das doch mal. Wir reden später weiter. Die Göttin schütze dich. Was ist hier nur los? Rede mit deinem alten Freund. Boah, es ist laut. Okay. Ähm. Lass mal speichern. Was ist denn? Wie jemand anderem auf die Nerven. Kann man hier rein? Nein. Oh, was passiert da drin? Ist ganz schön cool gemacht. Interagieren. Was haben wir hier? Ach, krass. Diese Hitze macht mich fertig. Ich könnte nicht so wie du unter den Maschinen leben. Keine Chance. Aloy! Du bist es, oder? Tab. Hier drüben! Du bist Aloy, nicht wahr? Habe ich mir den Namen richtig gemerkt? Bist du der alte Freund, von dem Tiersa sprach? Ich kenne dich nicht. Du erkennst mich wohl nicht wieder. Tja, es ist schon lange her. Tab ist mein Name. Du warst halb so groß wie ich und hast mich vor einer Herde Maschinen gerettet. Ich erinnere mich. Du wolltest mir danken. Ich habe es nie vergessen. Ich habe immer gehofft, dich wiederzusehen, wenn du zur Erprobung kämpfst. Wie du siehst, ist aus mir kein guter Jäger geworden. Wow. Ich diene dem Stamm stattdessen als Näher. Ich mache Kleidung und Rüstungen. Oh. Für mich? Und ich habe etwas für dich. Eine Kluft für diesen Tag. Ja. Ich hoffe, du magst sie. Was soll das denn kosten? Kosten? Nichts. Nimm es als ein Dankeschön für deine Hilfe damals. Als ein Geschenk. Wow. Das ist sehr cool. Und was kriege ich dann? Nora Kriegerin? Das ist ja meins. Uh. Schick. Kann ich mir irgendwas aussuchen? Das ist sehr cool. Ähm. Nora Überlebende. Diese Rüstung wurde hergestellt, um den Eventen zu trotzen und hat sich in den Extrembedingungen des Heiligen Landes gut bewährt. Hübsch. Ist auch geil. Oh. Stille Nora hier. Das, also, ich denke mal, das hier dann, ne? Oder? Aber kaufen? Ach, das ist es wahrscheinlich. Die Gratis-Kiste. Das muss es sein. Warte, Aloy, du hast deine Kluft nicht mitgenommen. Na los. Nimm sie. Ja, welche ist es denn? Na gut. Aber die... Habe ich... Neues Outfit. Ach so. Die war das? Ach so. Sieht das nicht genauso aus, wie das, was ich hatte? Ist irgendwas anders? Es ist deins. Ich muss mal ganz kurz Pause machen, Leute. Ganz, ganz, ganz kurz. Okay, jetzt frage ich mich ernsthaft. Hallo, Aloy. Oh, nein. Nein, nein, nein. Möchtest du jetzt etwas kaufen? Ich bin immer mit Dreieck, geht man in Resident Evil ins Menü. Und ist ins Inventar. Und ich denke mal, ich will immer ins Inventar gehen. Auf Wiedersehen. Und viel Glück bei der Erprobung. Okay. Warte mal, ich muss mal echt Outfits? Ach, das sind aber nur die Schulterpolster, ne? Glaube ich. Ah, Tatsache. Na gut. Ich wollte nur mal gucken, nur mal vergleichen, weil ich habe eben keinen Unterschied gesehen. Ups. Ah, da sieht man sie auch. Ah, Tatsache. Das Outfit kommt mir bekannt vor. Sollte ich mir ein schönes Fell suchen und mich einkuscheln. Vielleicht solltest du weniger trinken. Und dann... Und dann hat sie um einen Fruchtbarkeitssegen gebeten. Mit meinem Vater. Ich schwöre es. Wow. Hallo? Ist das cool? Ist das cool? Theater. Singt für mich, ihr Bardinnen. Ich schreibe mich doch nicht so an. Ich schreibe mich doch nicht so an. Schön. Schön. Sehr schön. Ich bin mal gespannt. Das muss ich lieben. Es sollte jeden Tag ein Fett sein. Ich warte, dass meine Schwester von der Jagd zurückkommt. Möge die Ohrmutter sie beschicken. Wow. Es ist sehr laut hier. Aber ich kann gar nicht aufhören, mich umzusehen. Ich mag ihn ja, aber... Mag ich ihn so? Heiß. Verstehst du? Wie ein Waldbrand hier draußen. Die sind doch alle berauscht, die Leute hier. Ja, schön. Sieben. Eins, Schatten. Ich muss mich jetzt mal umsehen. Macht Platz. Jetzt komm ich. Drachenbjörn, Drachenbjörn. Okay, Entschuldigung. Okay, krass, ob ich seit Monaten... Schaap, komm da runter. Du bist schon betrunken. Oh, der Teil ist klasse. Musst du auf eure Häuser klettern? Bitte nicht jetzt. Oh, ich soll anderen nicht aufs Dach steigen. Das ist jedes Jahr, das Leben. Ich bin schon so tief geholfen. Komm da runter. Sofort. Oh, das könnte dir so passen, was? Dass ich runterfalle. Ich will, dass du da runterkletterst. Du willst, dass ich nie meinen Spaß habe. Gut. Bleib doch die ganze Nacht aus dem Dach. Ja, mach ich. Jetzt hört genau zu. Denn ihr müsst diese Geschichte erzählen, wenn ich nicht mehr bin. Am Anfang kam alles Leben von der Urmutter. Wie kann sie diesen rünstigen Karten in unser Land schladen? Es waren alle ihre Kinder. Sie lebten friedlich nebeneinander, im Schutz ihres Bettens. Aber einige wurden rastlos. Obwohl sie von ihrer Fülle lebten, wollten sie mehr. Das waren die Ungläubigen. Die Maschinen hatten ihnen eingeflüstert, dass sie ihnen dienen würden, um ihnen eine bessere Welt zu erschaffen. Besser als die der Urmutter. Eine Welt aus Metall. Sie sagten den Ungläubigen, dass sie die ganze Arbeit für sie machen würden. Sie ernähren, ihnen Schutz geben, ihnen ein leichtes Leben im Überfluss verschaffen würden. Und so gingen die Ungläubigen und nahmen die Maschinen mit. Nur die wahren Kinder, die Mütter und Väter der Nora, blieben bei der Urmutter. Zunächst hielten die Maschinen ihr Versprechen. Sie bauten Städte, groß und schrecklich. Monumente ihrer Sünden. Aber sie dienten den Ungläubigen nicht lange. Unter den Maschinen erhob sich ein König. Eine Maschine, die mächtiger als jede andere war. Der Metallteufel. Und dann dienten die Ungläubigen ihm. Sie dienten den Maschinen. Aber das reichte dem Metallteufel nicht. Er wollte, dass alle ihm dienen und versuchte, die wahren Kinder von der Urmutter wegzulocken. Sie wollten nicht gehen. Sie versammelten sich am Berghang, um sich an sie zu klammern und beteten, hingebungsvoller als je zuvor. Der Metallteufel wütete lauter als der Donner. In seiner Wut wollte er die Urmutter herausfordern und sie töten. Aber sie vernichtete ihn. Für immer. Wie ihr wisst, denn sein lebloser Körper liegt immer noch dort. Starr und schändlich. Die Maschinen wurden über den Tod ihres Königs wahnsinnig und wurden zu wilden Bestien. Die Ungläubigen verließen ihre Städte und mussten fortan ohne die Hilfe der Maschinen durch die Welt ziehen. Nur wir waren und sind die wahren Kinder der Urmutter. Wir haben all das hier mit den Händen erbaut, die sie uns geschenkt hat. Die Maschinen müssen gejagt werden. Metall soll immer Schrott oder Material sein, aber nie etwas, das angebetet wird. Und wir halten uns an ihre Gesetze und sind entschlossen in unseren Gebeten, nicht wahr? Denn die Gefahr ist nie vorbei. Die Ungläubigen beneiden uns noch immer um unser heiliges Land und begehren es. Und von Jahr zu Jahr wächst die Wut der Maschinen. Sie suchen nach kleinen Nora-Jungen und Mädchen, die nicht brav gewesen sind. Was? Ist da eine Maschine unter uns? Nein, nein. Meine alten Augen haben sich getäuscht. Hm. Schön. Schön. Kam alles Leben von der Urmutter. Menschen, Maschinen, Tiere. Es waren alle ihre Kinder. Warum musst du alles verderben? Lass uns einfach in Ruhe. Im Schutz ihres Bettens. Aber einige wurden rastlos. Obwohl sie von ihrer Fülle lebten, wollten sie mehr. Das waren die Ungläubigen. Eloy, hier drüben. Hä? Was? Hi. Karst. Karst? Was machst du hier? Vorsicht. Tu so, als ob du mich nicht kennst. Mit Ausgestoßenen zu handeln ist verboten, weißt du noch? Wie könnte ich's vergessen? Wie großzügig, dass du jetzt mit mir sprichst. Sei doch nicht so. Du weißt, dass ich dich bei der Erprobung anfeuern werde. Einige werden ganz schön blöd gucken, wenn du das gewinnst. Und wenn du noch irgendetwas brauchst, bin ich dein Mann. Ach ja. Warum bist du gekommen? Also, Mutterherz. Ich dachte, du liebst die Wildnis. Tja, ein Mann kann nicht immer allein trinken, oder? In Wahrheit fühle ich mich manchmal einsam. So, ich hab es gesagt. Verachte mich nicht. Ich werd's dir nicht vorhalten, wenn du mir Rabatt gibst. Du bist doch... War ein Witz-Cast. Schön, dich zu sehen. Werd bloß nicht zu nett. Na gut, dann zeig mal, was du hast. Okay, dann mal los. Okay. So was brauchen wir eigentlich nicht. Eigentlich... Ein paar EMP-Fallen haben wir ja selber hergestellt. Ich glaube, wir brauchen erst ohne Gratisprobe. Sehr schön. Die nehmen wir mit. Also gut, Zeit zu gehen. Viel Glück morgen, Aloy. Schauen wir mal, was wir für Kisten haben. Oh, wir haben ganz viel. Gewöhnlich. Diese Kiste muss geöffnet werden, um ihren Inhalt zu enthüllen. Dann zeigen wir sie. Okay. Was haben wir hier? Schnellreisepaket ist immer gut. Stärkungstern. Eine Schockfalle. Sehr, sehr cool. Kühlsaft. Leuchtendes Geflecht. Okay. Sprengfalle, Schockfalle. Was haben wir hier? Stärkungstrank. Ach so. Einfach nur ein Healtrank quasi. Okay. Gut, weiter geht's. Soll ich mich amüsieren, wenn ihr diese blut rünstigen, unbeuteligen Karja herumengen und das Land entweiht? In Kürze segnen wir die Erprobung. Doch zunächst heißen wir Gäste willkommen. Seit zwei Jahren herrscht jetzt Frieden mit den Karjahs. Wir sollten die Handelsbeziehungen zu Meridian wieder aufbauen. Diese Gesandten kamen zu uns unter dem Banner des Friedens. Frieden. Welcher Frieden. Eine Verkündigung von Dankbarkeit. Geschrieben von Sonnenkönig. Noragläubige, lass das sein. Ich bin Oseram, kein Karja. Also sag ich's ganz offen. Der 13. Sonnenkönig war ein Mörder. Das stimmt. Ein Tyrann und ein Monster. Überfiel meinen Stamm für Blutopfer, so wie euren. Sie raubten meine Schwester. Ich hasste die Karja. Doch der 13. König ist tot. Seit zwei Jahren. Wer tötete ihn? Der 14. Ja. Nicht, weil er an die Macht wollte, sondern weil jemand dem Unrecht seines Vaters ein Ende setzen musste. Ja! Die Nachricht, die dieser Priester verlesen will, ist eine Entschuldigung. Aus dem Munde des 14. Königs. Also bitte. Könnt ihr ihm nicht zuhören? Dankeschön. Eine Verkündigung der Dankbarkeit. Geschrieben von Sonnenkönig Abarth. Vierzehnter Erleuchtetheit der strahlenden Linie. Ich lasse mir von diesem ungläubigen Karja doch nicht das Fest verserben. Was sollen sie denn noch anstellen? Dass die Karja bei euch sind, wie das Sonnenlicht die Stolzfalt durchstrahlt? Was bedeutet das? Dieses Mal ist Erdmutter Tierser zu weit gegangen. Wie kann sie diese blutgrünftigen Karja in unser Land einladen? Vielleicht sind die Karja gekommen und sich zu erschuldigen. Er trägt einen Fokus. Genau wie meiner. Okay. Wo hat er den Fokus her? Hey. Er trägt einen Fokus. Du bist der Einzige, bei dem ich je einen Fokus gesehen hab. Wo hast du ihn her? Was? Eine Nora hat so etwas an? Das kann nicht sein. Deinem Stamm sind die alten Orte verboten. Wer sagt, dass ich genauso bin? Tja. Niemand schätze ich, wenn du in den Ruinen der Metallwelt stöbern gehst. Ah! Was ist los? Tut mir leid. Fehlfunktion. Olen. Du suchst dir neue Freunde, was? Ich. Ich komme wieder. Warte. Nein. Wir reden später. Ich muss los. Wow. Sein Kater ist schlimmer, als ich dachte. Hey. Du hast ja denselben Klunker wie Olen hinterm Ohr. Wann sind die denn modern geworden? Sein Name ist Olen? Wer ist er? Und wo hat er so etwas her? Ach, er ist nur ein Wühler mit einflussreichen Freunden. Entweder sucht er nach Artefakten oder er trinkt und macht Glücksspiele. Ach, den Klunker hat er wohl irgendwo ausgegraben. Nur ein altes Juwel, das er sich gerne ansteckt. Nicht schon gut. Hier steht er toll. Was für eine Rede. Ich dachte, dein Freund würde einen faulen Tomaten ertrinken. Aber du hast sie alle beruhigt. Danke. Ich wusste nicht, ob es klappt. Die Nora verübeln den Karja die roten Raubzüge. Das ist kein Wunder. Fragen. Ich möchte dich noch etwas fragen. Wenn du willst. Aber ich werde auch nach dieser Segnung noch da sein. Wir könnten dann weiterreden. Ähm. Rote Raubzüge? Ich habe noch nie von den roten Raubzügen gehört. Was war das? Dein Stamm war im Krieg und du wusstest es nicht? Warst du in einem Versteck? Hattest du überbesorgte Eltern oder was? Ich war eine Ausgestoßene. Gemieden vom Stamm. Oh. Ja, die Nora machen sowas. Grausam, wenn du mich fragst. Aber auch Ausgestoßene wissen von der Störung der Maschinen, oder? Wie sie jedes Jahr tödlicher werden? Tja, der Sonnenkönig dachte, wenn er für den Sonnengott genug Blut vergießt, beruhigt das die Maschinen. Hat nicht funktioniert. Aber jahrelang nahm er Mitglieder anderer Stämme zur Opferung gefangen. Darunter meine Schwester. Die Nora kämpften tapfer, aber es gab Tote. Deine Schwester? Deine Schwester wurde entführt und geopfert? Das ist furchtbar. Entführt, ja. Aber geopfert, nein. Ein paar Karger können Ersha nichts anhaben. Sie entkam und ist jetzt mein Hauptmann. Hauptmann der gesamten Garde. Ernannt vom Sonnenkönig selbst. Wie hat sie überlebt? Oh, die Geschichte ist gut, aber sie ist etwas lang. Vielleicht ein andermal bei einem Drink oder drei. Oder du kommst nach Meridian und fragst sie selbst. Ihr würdet euch sicher mögen. Ihr seid beide, äh, direkt. Wie endeten die Raubzüge? Also, was ist passiert? Wie kam's zum Ende? Der Sohn des verrückten Königs, vereinte Kerja-Rebellen und Oseram-Freibeuter. So schafften wir das Unmögliche. Meridian einnehmen und den König töten. Und jetzt sitzt sein Sohn auf dem Thron. Eine große Verbesserung. Unter Arvart gibt es keine Opferung, keine Sklaverei. Alle Stämme sind jetzt in Meridian willkommen. Sogar Nora verbannte. Du solltest vorbeikommen. Oseram-Freibeuter? Wer sind die Oseram-Oseram? Das ist mein Stamm. Weit im Nordwesten. Wir können drei Dinge. Streiten, Stahlschmieden und Brauen. Und Freibeuter? Was sind die? Man könnte wohl sagen, wir waren Söldner. Also bezahlte Krieger. Aber sehr viel loyaler, als es jetzt klingt. Arvart hätte ohne uns keine Chance gegen seinen Vater gehabt. Und jetzt dienen einige von uns in seiner persönlichen Garde. Und die Störung? Du sagtest, die Maschinen wurden jedes Jahr gefährlicher? Ja, aber das weiß doch jeder, oder? Ich wusste es nicht. Oh, tut mir leid. Ich dachte, alle wüssten das. Die Maschinen, vor 15, 20 Jahren. Damals waren sie noch nicht so wütend wie heute. Wenn sie einen Jäger sahen, dann flohen sie. Es war schwer, sie zu jagen, aber nicht gefährlich, wenn man so klug war, sich nicht umrennen zu lassen. Aber dann kam die Störung und alles wurde anders. Und jetzt, sobald ein Jäger einen Schuss abgibt, greifen die Maschinen ihn gleich an. Noch ein paar Jahre und sie greifen alles an, was sie sehen. Jeder Ausflug wird zu einem Risiko. Als ob das noch nicht ausreicht. Tauchen völlig neue Arten von Maschinen auf. Größer, böser und schwer bewaffnet. Wie der Sägezahn? Ja, vor 10 Jahren war es der. Aber alle paar Jahre taucht etwas Schlimmeres auf. Glaub's mir. Und wie kommt das alles? Das weiß niemand. Und die Maschinen, sie sagen es nicht. Hm, eine Störung hatten wir ja gerade. Die Karja. Wenn die Karja derart grausam sind, wie kommt es, dass du ihnen dienst? Der letzte König war ein Schlechter. Aber der neue König will Frieden. Daran ist nichts Grausames. Außerdem, die Karja kämpfen nicht nur, sie bauen. Siehe Meridian. Alles andere ist nichts weiter als ein Haufen Steine. Meridian? Und wie groß ist Meridian? Wie ist es da? Wo soll ich da anfangen? Mein Stamm beherrscht die Schmiedekunst. Darin sind wir die Besten. Aber wenn's ums Bauen geht, die Karja sind da besser. Die Stadt liegt über einer Schlucht mit mehr Brücken, als es hier Straßen gibt. Und Häusern groß wie Berge. Und ihr gegenüber steht der Turm wie eine Klinge des Himmels und reflektiert die Sonne. Du musst es dir wirklich einmal ansehen. Das ist eine Herausforderung. Oder eine Einladung. Okay, und nochmal zur Störung? Erzähl mir mehr über die Störung. Die Maschinen. Vor 15, 20 Jahren. Das hat er schon erzählt. Es war schwer, aber dank. Und jetzt noch ein Teil, als ob das noch nicht ausreicht. Wie, der Sägezahn? Ja, das weiß nicht. Okay. Ich hätte da nochmal eine Frage an dich. Frag ruhig. Genau, das wollte ich nämlich sagen. Ich wollte gerade sagen, ich wollte noch was über Olin erfahren. Und, ähm, ja, Olin. Was weißt du noch über Olin? Ist er wirklich so interessant? Ich werde gleich eifersüchtig. Tja, er sucht nach Ruinen in der Wildnis, gräbt Zeug aus und verkauft es an Adlige. Wenn er nichts anderes macht, ist er schwer. Er kann genau das, was ein Expeditionsführer können sollte. Ich kenne ihn ein paar Jahre. Er ist ein treuer Gefährte, liebt seine Familie und trinkt auch gerne mal. Ich mag ihn, aber viel mehr weiß ich auch nicht. Schöne Rüstung übrigens. Deine Rüstung sieht ungewöhnlich aus. Hast du noch nie Gardestahl gesehen? Na, ich erklär's dir. Ring verbunden, aufprallgeschützt, stabil genug für Sägezähne. Muss er auch. Die Garde ist die Sonnenkönig-Elite. Das sind alles eisenharte Maschinenbrecher. Sogar eine Nora-Streiterin wie du könnte da Probleme kriegen. Bei diesem ganzen schweren Metall? Wohl kaum. Ja, schwer zu sagen. Meiner Meinung nach sieht es recht ausgeglichen aus. Gut, ich sollte zur Segnung gehen. Ich sollte jetzt zur Segnung gehen. Ja, hör mal, es geht mich eher nichts an, aber du gehörst doch einfach nicht in dieses öde Kaff. Ich meine, du bist klug, du hast einiges drauf und ich meine, sieh dich an. Äh, wovon rätest du da? Das weißt du genau. Wenn du mal in Meridian bist, komm vorbei. Ich zeig dir alles und stelle dich vor. Das wird ein neues Leben für dich. Na, egal. Ich muss jetzt auch zu dieser Segnung. Also bis demnächst, vielleicht. Ich bin sehr gespannt. Also bis demnächst, geben wir uns jetzt zur Segnungsteremonie. Ich will vorhin ein paar Leute an, da bin. Du hast wirklich Mut herzukommen, Kleine. Viel Spaß bei den Ehrlichkeiten. Wo ist sie denn? Nicht hier. Okay. Krass, wie auch langsam die Sonne untergeht, oder kommt mir das nun so vor? Muss ich, ich, muss hier lang, glaube ich. Oder? Ja. Als ich das in den ersten drei Male gehört habe, gewinnt es viel besser. Wow. Sie beginnen mit der Segnung, wenn alle Aspiranten da sind. Rede mit Terz. Aloy, dein Platz ist gleich hier. Das da ist dein Gebetslicht. Es ist... ...mein Geschenk. Blasphemie. Schwestern. Aspiranten, vor jedem von euch steht ein Gebetslicht, das eure Mutter gemacht hat. Ihr zu ehren, entzündet es nun. Zu ehren meiner Mutter, die mich gleich nach meiner Geburt im Stich gelassen hat. Ur-Mutter, höre unser Gebet. Was ist ein Kind, wenn ich ausdrucken mit der mütterlicher Hoffnung? Eine leuchtende Flamme, die weit hinaufsteigt, frei steht im Wind. Ein Licht am Himmel, bis es endlich verglüht. So wird das Band unserer Liebe weiter von Hand zu Hand gereicht. Da ist Olin. Wow. Ich möchte Ihnen einiges fragen. Megaschön. Ist es spät. D3. 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 D4. D4. Vielen Dank.